und check das aus. Alles klar, damit beenden wir das Thema dann auch. Anderes Ding, du hast ja, wie gesagt, wir wollen heute nicht über deinen musikalischen Werdegang und deine musikalische Zukunft sprechen. Aber es ist ja nun mal so, dass du irgendwann gesagt hast, du hörst auf. Jetzt haben SDDI aufgehört aus deinem Umfeld. Manuelsen hat seinen Rücktritt erklärt. Kannst du erklären, warum so viele Rapper in Deutschland jetzt sagen, ey, ich hör auf zu rappen, ich hänge erstmal meinen Mic an den Nagel? Also ich hab das schon beobachtet. Ich hab damals, als ich ziemlich abgefuckt war, in meinem Blog geschrieben, dass ich mich erstmal zurückziehen werde, dass ich noch nicht weiß, wie es mit meiner Solo-Karriere weitergeht. Das weiß ich immer noch nicht. Und noch hab ich ja auch keine Solo-Sachen angekündigt oder rausgebracht oder was auch immer. Es kann natürlich weitergehen, aber wann, wo, wie, was, das ist noch nicht klar und wird auch noch nicht klar sein. Deswegen bin ich immer noch in Pause. Komischerweise, lustigerweise, danach haben sich eine Million Leute irgendwie geblockt und eine Million Leute Tracks rausgemacht, dass sie jetzt auch aufhören und so weiter. Ich glaube, es geht, ich hab auch letztens was gesehen auf Mixtry Raw Deluxe sorry, dass ich jetzt so Steigerung mache, wo die sich darüber unterhalten, Falk und Steiger und so weiter. Das fand ich sehr interessant. Und ich muss sagen, es hängt wirklich mit so einer Illusion zusammen und mit Sachen, die man sich in seinen Texten quasi selber vorgerappt hat, die man aber später nicht einhalten kann. Und so sind sie alle irgendwie eingepisst und wollen nicht mehr weitermachen. Bei uns, bei GD war das immer schon so. Wir waren nicht am fettesten im Game. Wir hatten immer Probleme irgendwie über die Runden zu kommen, unsere Mucke zu machen, ohne Kopfschmerzen. Bei uns, die Jungs machen alle nebenbei was, weißt du, ob sie einen richtigen Job haben, ob sie zur Schule gehen. Und wir schämen uns nicht dafür, Mann. Weißt du, wir haben diesen Konflikt schon vor Jahren niedergelegt, weißt du. Schon seit dieser Grand-Branks-Zeit, wo wir öffentlich sagen, wir sind Hartz IV in Grand-Branks, to the Branks, was auch immer. Hier ist, weiß ich nicht, hier ist das Viertel mit der höchsten Arbeitslosigkeit, habe ich ja schon eine Million mal gesagt, in Köln. Und wir haben durch diesen Filter das schon so original abgelegt. Und wir sind trotzdem die Coolsten, weißt du. Das kann uns keiner übel nehmen. Und das würde ich nur jedem empfehlen, Mann. Weißt du, ich will jetzt nicht den anderen Leuten Tipps geben, wie sie ihr Image aufpolieren oder was auch immer. Aber ihr solltet euch davon freimachen. Ich habe auch mit Steiger telefoniert nach diesem Interview, wollte ich ihm Props geben und so weiter. Er hat mir auch gesagt, Mann, die müssen sich alle von diesem Film freimachen, dass sie in irgendeinem Druck sind oder so. Es gibt ein, zwei Leute, die können richtig Reibach machen mit ihrer Mucke. So, aber wenn du das nicht bist, Alter, was machst du jetzt? Willst du jetzt tot umfallen? Weißt du, dann mach doch deinen Job, Alter, und mach nebenbei Mucke. Verstehst du? Dadurch wird ja die Welt nicht anders. Das ist halt eine ganze Sache, wie du das definierst. Wenn du dich dadurch nur definierst, wie viel Geld du verdienst, Alter, dann werd doch Zuhälter oder so, weil dann hast du mehr Kohle, weißt du? Bei uns, die Zuhälter in Grenberg, wenn die uns sehen, uns Rapper, weißt du, die schütteln nur den Kopf von wegen, das bringt doch alles nichts. Warum macht ihr das? Aber wir machen das, weil wir das lieben so. Und daher hänge ich auch immer noch da dran. Daher pushe ich auch immer noch Leute, die noch nicht so bekannt sind wie ich. Daher mache ich Kollabos, daher bringe ich Köln, versuche ich auf die Map zu bringen. Weißt du, es gibt so ein Ideal, dem die meisten folgen, aber man muss einfach nur dieses Ideal in seinen Kopf sprengen und einfach Mucke machen. Und dann wird alles von alleine kommen, wenn die Mucke gut genug ist. Weißt du? Und das, finde ich, können wir standhalten. Und daher mache ich mir keine Sorgen. Jeder von den Jungs macht irgendwie seine Kohle. Und wir sind trotzdem bestimmt die dritt oder viert bekannteste Crew Deutschlands. Weißt du? Es geht halt nicht anders. Weißt du? Hoffentlich kommt der Tag irgendwann, wo wir alle davon leben können. Zurzeit kann leider nur ich davon leben, aber wir sind dran, dass das für jeden so ist. Weißt du? Es ist auch für mich schwer. Weißt du? Ich habe auch meine Sachen. Ich muss meine Steuerscheiße zurückzahlen. Es ist nicht ganz so viel, wie die Leute so denken. Weißt du? Ich war ja kein Millionär oder so, aber ich habe schon gut verdient eine Zeit lang. Das muss ich auch zurückzahlen. Aber ich stelle mich dem wie ein Mann, Alter. Weißt du? Was soll ich jetzt machen? Soll ich den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh nein, ich verdiene nicht so viel wie ein anderer, deswegen kann ich jetzt nicht weitermachen? Scheiß drauf. Weißt du? Das ist ja das Einzige, was man so sagen kann. Irgendwelche wirtschaftliche Scheiße. Wenn es um Talent geht, wenn es um den Charakter geht, wenn es um die Ausstrahlung geht, ums Entertainment, weißt du? Da kann keiner mit uns ficken und deswegen spricht uns auch keiner auf sowas an. Das ist nur, was ich darüber denke, Alter. Ich bin froh. Ich kann davon leben. Ich sehe das als ein Privileg. Das kann nicht jeder davon leben. Ich sehe das als ein Privileg. Ich habe Privilegien. Ich kann, ich mache bei Promi-Dinner mit. Ich mache solche Sachen. Weißt du? Ich habe einen Celebrity-Status, den nicht viele anderen haben im Deutschrap. Dadurch lebe ich noch. Ich bin froh, Mann, dass ich diese Chance habe, dass ich diese Gabe habe und dass ich solche Chancen habe und die nutzen kann. Und dasselbe versuche ich mit meinen Jungs zu machen. Wie gesagt, was den Fame angeht, was die Bekanntheit angeht. Es ist ja die Frage, wie du Erfolg misst. Wenn der Erfolg jetzt nur misst in Dollarzeichen, okay, dann müssen wir sagen, okay, Mann, wir sind nicht die Krassesten. Aber wenn du das so siehst, dass German Dream am Anfang eine Lachnummer war, weil ich damals null Credibility hatte und jeder mir nicht geglaubt hat, was ich mache. Und jetzt siehst du, was mit den Jedi-Artists ist, weil andere Artists wollen mit uns was machen, um unsere Credibility zu nehmen. Weißt du, was ich meine? Also es hat sich schon einiges gewandelt. Kannst du noch kurz was zu... Okay. Hau rein, ne, Jungs. Hau rein, ne? Jungs, Hau rein, ne? Hau rein, ne? Jetzt Fernseh guckt noch 70 Zoll. Hau rein, Bruder. Hau rein, Bruder. Erko, kannst du noch kurz was zu SDD sagen? Also ist das fest, dass er wirklich raus ist aus dem Game oder gibt es aber ihm die Überlegung, eventuell wieder einzusteigen? Seid ihr so weit? Also, habt ihr? Okay. Der gute SDD, der ist ein Homie von mir. Das ist er auch immer noch. Er hat sich dazu entschieden, nicht mehr zu rappen. Ich respektiere das. Er hat mir das irgendwann mal gesagt, hat einfach bei mir geklingelt und mir das erzählt. Ich respektiere das, wie gesagt. Er ist auch schon alt genug. Er rappt ja auch schon. Eigentlich rappt er länger wie ich, ich weiß, er muss wissen, was er möchte. Wir hatten letztens hier Straßenfest. Da hat er, glaube ich, Bushido und Savas gedisst. Es ist nicht so, dass wir das von ihm gewollt haben oder dass wir komplett dahinter stehen und das gefeiert haben. Es ist so, er hat das nach seinem eigenen Kopf gemacht. Er hat das auf seinem Herzen, ob er es jetzt gemacht hat, um uns zu unterstützen, um uns zu helfen, das weiß ich nicht. Ich habe an dem Tag nicht mit ihm geredet, weil ich selber total in Trouble war. Er ist auch ein schwieriger Typ, Mann. Wir mögen ihn, wie er ist, weißt du? Wenn er irgendwann mal sagt, ich will wieder rappen, sind wir die Letzten, die ihn nicht auf den Tracks mitmachen lassen. Aber ich muss mich fokussieren. Wir haben eh nicht das größte Budget und ich habe nicht die größte Zeit der Welt. Alter, ich muss mich auch um meinen eigenen Arsch kümmern. Das heißt, wenn ich mich um andere Jungs kümmere, dann will ich auch natürlich, dass das irgendwo was fruchtet, weißt du? Deswegen, bevor ich von ihm nochmal ein Solo machen würde, würde ich auf jeden Fall mit ihm erstmal stundenlang reden, ob er das überhaupt noch will, weil ansonsten kann ich dieses Privileg jemand anders zusprechen, dass man einfach eine CD rausbringen, weißt du? Das war bei uns auch so, Alter. Die ganzen Jahre haben sie gesagt, GD bringt nichts raus, GD bringt nichts raus. Ja, Mann, mir wurde von Tag ein auf den anderen, einen Tag hatte ich noch die Möglichkeit zu sagen, ey, BMG, ich will, dass der rauskommt. Und auf dem anderen Tag war es auf einmal weg. Ey, ich hatte aber die Leute schon im Boot, Mann. Und musste denen trotzdem diesen Traum erfüllen und dieses Versprechen bestätigen, was ich gegeben habe. Das hat wieder mich ein, zwei Jahre gekostet, aber im Endeffekt haben wir jetzt Releases. Wir hatten das SD-Album, wir haben jetzt Farid Bang-Album, wo wir nur positives Feedback bekommen haben. Wie ich sage, Mann, erfolgt misst sich in vielerlei Hinsicht, weißt du? Durch den Ruf auch. Guck mal, so ein Farid Bang zum Beispiel, der kriegt jetzt Feature-Anfragen von wirklich guten Namen, so. Wenn er mal irgendwann ein Album macht, kann ich mir vorstellen, dass da wirklich eine Elite von Features drauf sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass das sich auch viel mehr verkaufen wird. Ansonsten bringen wir noch Caprix raus. Wollten wir noch dieses Jahr, wahrscheinlich wird es Anfang nächsten Jahres. Der ist die gute Seele von unserem Team, gute Seele von Köln. Einer, der schon Jahre bei mir ist, der schon jahrelang darauf wartet, rauszukommen. Ein sehr, sehr guter, persönlicher Freund von mir, wo das mir auch am Herzen liegt, dass das endlich rauskommt. Das sind Sachen, um die ich mich kümmere, weißt du? Wenn das jetzt nur um Kohle ginge, Mann, dann würde ich mich ganz anders orientieren. Aber es geht nicht darum. Es geht darum, dass wir unsere Vision aufbauen, weißt du? Deswegen ist es auch scheiße, wenn man auf dem Camp ist und man merkt, oh, ich komme zwei, drei Monate nicht raus, ah, dann gehe ich in das andere Camp gehüpft. Alter, du bist, wo du bist. Wenn du hier bist, bist du bei Echo Freezy, also musst du dich genau dem anpassen, wie das ist. Wenn der Echo halt gerade noch keinen Deal hat und gerade da und da guckt, was zu machen, ey, dann, wenn man GD-Member ist, dann macht man da mit, weißt du? Und wenn man was anderes macht und dann irgendwie rumhüpfen will, Alter, man nicht eine Crew, dann soll man auch nicht vor ein, zwei Jahren sagen, hey, wir sind eine Crew, weißt du? Wir wollen, ich will nur meinen Hack, weißt du? So, äh, Graham Branks, Alter, keine Ahnung, ich habe eine Fahne verloren. Alles klar, ich glaube, mit Blick auf die Uhr müssen wir bei dir auch abbrechen, du musst los. Letztes Ding noch, worum ich dich bitten würde, wir haben gerade ein kleines Video mit euch gedreht zu unserer neuen Rubrik Mamas Oni, dass du da vielleicht noch ein paar Worte zu sagst. Ja, tut mir leid, ich muss euch gleich verlassen, das ist nicht böse gemeint, ich habe noch einen anderen Termin, weil wenn ich auf meine Montblanc-Uhr gucke, ähm, dann habe ich schon elf Uhr. Ey, äh, ja, wir haben 16 Bars hier eh gemacht, ich fand's geil, vor allem fand ich geil, dass es jetzt so spontan ging, Farid ist drauf, Summer ist drauf, Cupcakes ist drauf, Ice Age ist drauf, einfach unsere Jungs, Mann, äh, was